Hallo meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu GTA San Andreas war ein schöner Teil mit Alucard, mit Kapuzenwurm, mit TauTau, mit Payne, mit Xclear, mit dem Kunran, mit dem Hotter, mit dem Payne und das sollten dann auch alles sein. Und Ne-Items, Entschuldigung. Da ist der Brau natürlich. Let's go! Geh nach hinten Motorrad Kapuze! Was ist denn das denn? Eine Simmel, siehst du noch? Oh! Den Auspuff, Junge! Verbrennt euch nicht Payne! Eeeeehh,스트�eranz! Oh mein fit! Snox den hat sie big! He? Was war das, ist einfach gebremst. Ja, irgendwie. Ouuh mal, hä-, achso! Zack, da war ja fast, ey. Alter wie schnell seid sie mit dem Maschine? Und schon ist der Kapuzefall zurück! Das geht schnell! Oh mein Gott! Ich hab die Kontrolle verloren. Da killt mich der Pain. da kommt die lokomotive ich weiß nicht wohin ich fliege aber ich will wieder aufkommen ja ja du bist das allerdings an mir vorbeigefahren das war nicht amartes jetzt ist gleich die strecke zu ende schon die war aber schön die war nice wenn ihr zu Ende muss ich vor danke ja ja werden wir schon sehen hat er seinen Hochflug ja das war zu früh am Krieg vorbei in den Sonnenuntergang wie eine Prinzessin kaputze unsere kleine Prinzessin scheiß Windschatten am Ende haben sie in Österreich für die Monarchie auch noch oh Gott ne scheiße sagen wir es so den hattest du offen ok danke 3 Rennen 3 mal 4 den hattest du offen aber jetzt bin ich halt wer ist denn dann noch am Arsch offen hast du gewollt da ne ich bin Feder ne ich bin Feder dein Dritter bei Point to Point wenn du da rausgekickt wirst zweimal ist es vorbei echt ja ja bei Point to Point kommst du nicht mehr ran na stimmt du musst auf jeden Fall fragen wie hart er dann schaust das oh das sieht aus ey der besteigt nach dem Geländer der ist schön kopfgestützt ja ne vor allem die Haxen stehen ein bisschen komisch ich hab ein Abreng ich hab ein Abreng ich hab ein Abreng Items danke ja dass du dich aufgeregt hast ne ja wozu auf das macht mich ja nicht wieder auf mich mir ist fast schon ein bisschen weh getan aber das ist äh gut zu wissen das bedeutet du bist kein Psychopath schlechte Mäpp lieber in den schlechten Mäpp so Kündran bitte Kündran bitte jetzt alle bitte oh wusste nicht ob ich die Mäpp gut oder schlecht finden soll tut mir leid ich find die tatsächlich echt Pau Capuzos Wecker ist angegangen meistens steht er um halb neun abends auf im Hintergrund war Gartenwecker ach oh natürlich ist auch Point to Point ach scheiße da müssen wir ein richtig langsames Auto nehmen warum hast du eigentlich ein Pinkhost Nutzfahrzeuge ist ja ne Schwuggeler wenn die auspähen äh wow was ist denn hier schickes bei ok lass mal den Komet Retro Custom nehmen ganz wichtig Leute Komet Retro Custom der sieht cool aus der sieht aus wie ein Porto oder? daumen hoch da ich wette da ist einer? ja auf Nils der Nils gewinnt das jetzt? der ist gar nicht da wo ist der Nils? nehmt einer von euch mit OBS auf? ja bei wieviel Minuten sind wir denn ungefähr? fünf Minuten dreißig ungefähr ja das ist das ist ein bisschen knapp immer Leute was die Parts angeht aber wir müssen ein bisschen für die GC und so vor produzieren deswegen das wenigstens dieser Fluss das immer alle zwei Tage in die Folge kommt machen wir mal nur noch zwei Rennen ist halt blöd das zwei immer Point to Point hin angekommen ist das war blöd gewesen die ist trotzdem grenzt deswegen oh Gott! was? schneller Start schneller 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 ich hab's nicht Zeit dass wir so einen schnellen Start machen müssen ich bin erster genau oh Sackse wieder hier ey ich wollte eigentlich nur den Wind schlatten du hast den Wind schlatten ich komm mal die Wind schlatten Sackse ey Jungs hast du dich geschafft ja ja ich fahr den rückwärts nein nein doch was nein oder nee jetzt ist die items hier irgendwo auf der Frecke ey warte mal muss ich jetzt hier nicht einfach nur runter fahren oh was ist das Ding Maxi oh das könnte funktionieren irgendwie haben wir die Hälfte der Leute verloren ja weil Oli weil irgendwer wird doch gerampft im Bluffling das war kapuze halt ne du hast mich gerampft er hat so einen Blödsinn ich hab den Luftschatten bei dir gezankt und bin Junge da ist noch einer rausgeflogen aber ich weiß das kennt ihr nicht hat sich's gelohnt also Luftschatten ist ja so der Mann der Luftschatten jetzt aber nicht mehr weil sonst was hab ich ganz gefahren hat sich's gelohnt wie kann ich das lang tun ich hab's gelohnt ich hab's gelohnt wie kann ich das lang tun ich hab's gelohnt Alter da fährt sich echt gut der Wagen ne ich bin miserabel ne der fährt sich kein bisschen aus in den Progen ne 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 ich hab's grad nicht bei mir zugeguckt so ne Attentat geh weg du Messgruppen trinken die schrappen das nrut ist halt auch auf Krawall gebürstet ja nicht die Du warst vorher viel, viel brutaler unterwegs, den Schlenker nach rechts zu merken, gell? Ne, Maro Schlenker. MagFly, weiterfahren schnell. Hey, Maro. Hey, Maro. Los, MagFly. Gib mir doch den Windschatten. Gib doch mal Gas, du Dreckskammer. Da müsst ihr aufpassen. Ihr müsst den Sprung schaffen. Ansonsten müsst ihr zwei Checkpoints zurück, weil sonst schaut ihr das nicht. Das ist mir letztes Mal passiert. Das war nur ein leichter Schlenker. Jones, jetzt bitte nicht raushauen, okay? Nur einmal nicht raushauen. Oh, scheiße. Vorsicht, ich lande über dir. Ich dachte gerade, dass wir das Klapp jetzt hochzukommen, ey. Einmal bitte jetzt nicht rammen, weil sonst schlafen wir den Sprung. Hau ihn jetzt raus. Hau ihn raus. Hau ihn. Hau ihn. Hau ihn. Hau ihn. Danke, Jones. Oh, oh, Dado. Kopf entziehen. Mann, das wird nicht schlimm. Extra zur Seite gedüst. Jetzt ein Backflip für die Fans. Oh, hat er es mir gesehen? Backflip jetzt. Oh, shit. Ich bin... Das war's. Hundehanne. Ich aber auch. Naja, aber gleich hast du nicht. Ja, du, wenn das nicht schaffst, dann bist du komplett raus, weil man den Jump nicht mehr schafft nach dem Checkpoint. Ja, aber ich bin nie raus, ja. Ja, wir werden es sehen. Ich habe keine Ahnung, wie weit es halt noch ist. Das ist irgendwie voll komisch gerade bei uns hier vorne. Warum? Was ist denn hier für... Ich hab das Auto einfach nicht zu lenken. Ich hatte direkt wieder Windschatten bekommen. Ja, ich finde das Auto auch schon zu lenken. Ihr könnt auch mal GDR spielen. Na, so rumschwuckeln ist halt nicht so cool. Guck mal, jetzt geh ich zum Beispiel über die Keine. Nein. Du bist auch wieder zu weit weg. Ich habe die Kurve besser genommen oder so. Big Jump jetzt. Ah, der ist wieder im Park. Alter, ich verstehe. Wie weit geht's denn da oben? Das Auto ist glaube ich zu lang. Scheiße, ich weiß. Mein Auto ist kaputt. Ich komme nicht mehr gerade auf die Rampen. Ich ziehe mal weg nach links. Abhängig von der Geschwindigkeit bei dem Auto. Nein, du warst nicht nah genug dran. Oh, shit. Da kommen welche. Ach, schaffen wir. Hora. Jo? Hora. Mein Auto zieht immer nach links. Es ist kaputt. Es ist kaputt. 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 Ey, mein Auto ist immer auf. Wow. Es war knapp. Es ist was Grünes vorbeigeschossen gerade. Gut so. Doch jetzt hast du Windschatten. Shit. Wir wussten uns ja nicht. Er bekommt ja nicht mal Windschatten. Ich komme direkt wieder weg. Wer ist der erste gerade? Ah, scheiße. Aber du gewinnst das Ding jetzt. Jetzt hast du echt keinen. Fuck, ich komme nicht mehr an Dango an. Natürlich kommst du nicht an den King. Natürlich kommst du nicht an den Nuggle. Oh, 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 oh. Fahr halt immer so perfekt. Oh, 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 oh. Alter, wie denn. Oh, da ist halt auch. Keine Chance. Heute ist kein Rennfahrradrad. Kein Rennfahrradrad. Ich möchte mal wieder mal, wo finde ich, wenn du willst. Raketen oder sowas. Das war doch immer lustig. Raketen war nie lustig. Das ist Clown-Rennen oder was? Licht ist das Auto. Das ist Tomé, oder? Obwohl, ne der, das ist. Der hat sich zwölf mal fand ich das anders. Genauso wie den Free Online Modus. Echt, du warst letztes Jahr noch zwölf? Holy Shit. Er ist jetzt halt zwölf... Blackfly nicht vierter geworden, sehr schlecht. Jaja, ich hatte ja Konkurrenz, die mich rausgehauen hat. Was Konkurrenz? Also, als ich nicht an dir vorbeigefahren bin, hast du mit der Leitplanke gekämpft und nicht mit Konkurrenz? Jaja, das erste Mal wurde ich von... Ganz am Anfang erst mal von Sachse, dann von Dalu und dann zwei mal Leitplanke. Ja Moment, wir beide haben uns einmal in der Luft gedreht, da hast du keine Zeit verloren. Nur noch, dass wir ein Akkoholiker... Aber den hättest du auch verloren, wenn ich einfach geradeaus gefahren wäre. Wäre ja weiter geflogen, also... Was sagst du? Ja. Wir lösen Kobalt. Wo ist ein Hotter, ey? Ich seh ihn gar nicht mehr. So, sind wir fertig für den Partner. Nein, oder? Doch, sinnvoll. Doch, sind wir. Pünktlich auf 10 Minuten gestreckt, dass wir mehr... Werbung und so. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Däumchen bei lassen. Tschüss. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020